Die geben dann noch Zusatzfähigkeiten drauf, die sind manchmal komplett anders, manchmal sind sie einfach nur ein Beiwerk. Das ist unterschiedlich. So, dann haben wir hier noch Hosen gefunden, abenteuerliche Stoffhose, magischer Beinschutz 6, Rüstung und getötete Gegnergewehren plus 2 Erfahrung. Das sind die Sekundär, dann gibt es noch Primär. Und ja, einfach die Boni, die blauen sind die magischen Items, die haben einfach ein oder zwei Bonis und sind eben besser als die rostigen, also die schlechten Waffen, die grauen und weissen Items, die einfach normal sind, unverzaubert und so weiter. Dann gibt es noch höhere Stufungen bis hin zu Legendär, die sind dann richtig cool. Und ja, je nachdem wie euer Glück ist oder wie euer, ähm, wenn eure Chance magische Gegenstände zu finden ist, werdet ihr mehr, bessere Items finden. Das war jetzt der Schildschlag. Oder Schildstoß, genau. Aber man kann sie sogar noch rüberschubsen, auf die Seite. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusahle zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Okay, er macht sogar noch Away Damage, also Reichweiten, Schaden, auf andere Gegner noch. Und hier haben wir, okay, das ist jetzt diese Fähigkeiten vom normalen Schlag. Und diesen, hui. Aus, das macht er sicher, aber haben die überhaupt noch, ähm, Nerven? Oder sind sie schon schmerzlos? So könnte ich eigentlich nicht leben, schmerzlos, wenn ich kein Gefühl hätte oder so. Hier ist eine alte Abschiedsschachtel. Tagebuch eines Stoffbonus. Der König ist verrückt geworden. Er lässt alles inrichten, was ihm vor die paranoiden Augen kommt. Keiner von uns ist sicher. Okay, ähm, natürlich gibt es auch Erfolge. Hier habe ich ein paar Erfolge schon gemacht. Einfach 29 Prozent. Ich habe jetzt nicht so viel Diablo 3 gespielt. Das meiste können wir also noch freischalten. Und, ja, wir können sie dann auch einfach mal alle durchschauen. Aber jetzt wollen wir natürlich spielen. Wir wollen weitergehen. Jetzt können wir hier heilen. Das ist eine Haikugel, die erscheint zufällig vom Gegner. Und Stufe 3. Boom. Okay, wir haben jetzt eine andere Fähigkeit für die linke Maßtaste. Man kann sie natürlich auch in den anderen Slots reintun. Für die Tasten 1 bis 4 noch und rechte Maustaste. Aber, ähm, ja. In der Grundeinstellung ist es, glaube ich, nur links. Aber ich glaube, kann es auch ändern, oder? Ja, genau. Bei mir ist es eingestellt. Aber wir werden mal Bestrafung, äh, Bestrafen weglegen und werden Schlitzen nehmen. Er zeigt 5 Zorn pro erfolgreichem Angriff. Durchzieht die Luft vor euch mit heiligem Feuer, wodurch alle davon erfassten Gegner 190 Prozent Waffenschatten als Feuerschatten erleiden. Okay, schauen wir das mal an. Und ja, jetzt haben wir wieder diese Attribute dazu bekommen. 3 zu Stärke, 1 zu Geschicklichkeit, 1 zu Intelligenz und 2 zu Vitalität. So, mal schauen, was hier noch ist. Wir wollen alles erkunden. Ich werde das letztendlich schön genießen. Wenn ihr was langweilig findet, oder so, könnt ihr gerne auch ein bisschen vorspulen. Und, aber verpasst ja nichts, gell. Nein, ähm, ich werde so richtig actionhaft und cool und schnell spielen, lieber dann im Livestream. Da wird, sobald ich eine neue Grafikkarte habe, kommen. Und werde eigentlich rund um die Uhr, solange ich Zeit habe, diesen Livestream machen. Aber meistens ab 20 Uhr abends, weil ich am Tag einfach trainiere, Fußball spiele, Kampfsport und so weiter. So, hier haben wir den feuchten Keller. Hier ist, glaube ich, eine Falle. Aber die trotzen wir. Ja, einfach mal ein paar Zombies kommen, oder? Wie süß. Das ist ja mal richtig süß. Wir machen Feuerschaden, cool. Oh, blub, hab ich euch weggeschubst. Nei, Rekord, Massacre 20, Monster getötet. Also, das wird nach einiger Zeit dann wieder zurückgesetzt. Aber wenn man schnell hinter den 19, 20 Gegner besiegt, kommt dieses Ding. Und da kann man echt hohe Kombos erreichen. Und wir sind jetzt verletzt. Jetzt haben wir auch eine visuelle Anzeige. Und wir werden kurz den Heidrink trinken. Und schon haben wir wieder genügend Leben. Für einen tapferen Kreuzritter. Der braucht schön Leben. Ich werde ihn aber dann nicht als Tank spielen, weil ich Tanks einfach nicht mag. Ich werde ihn entweder als Nahkämpfer oder als Mager spielen. Und meine Mager ist ein bisschen interessanter. Dann werde ich ihn als Mager spielen. Als Stärke Mager. Das sollte die Angriffe vorerst schwächen. Verehrter Leser. Mein Name ist Abt Al-Hazir. Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. So, ich werde die Beschreibungen jetzt nicht mehr vorlesen. Ihr dürft gerne das Video pausieren und es euch in Ruhe anlesen. Weil sonst muss ich einfach zu viel vorlesen. Das nervt euch sicher auch ein wenig. Also gleißender Schild. Probieren wir gleich mal aus. Kommt mal ein bisschen da hin. Ich bin an Part of Exile konzentriert. Da ist es auf der QWRT. Und auch zum Beispiel über Leech Flashes. Hier ist es auf der 1, 2, 3 und 4. Darum habe ich die Fäsche Klasse gedrückt. Das sind noch recht grosse Reichweite. Ja, hier haben wir Al, Müll. Die sind aufgesammelt. So, was haben wir hier noch? Besoffene Partygäste. Nicht gerade gesund, wenn die so herumtorkeln. Diablo selbst hat diesen Ort heimgesucht. Sorry für die Leechs. Das ist Fraps. Da kann ich leider nicht viel dafür. Ich werde das Aufnahmeprogramm bald ändern. Aber dazu brauche ich auch die neue Grafikkarte. Weil die anderen Aufnahmeprogramm funktionieren auch nicht richtig. Dann werde ich Shadowplay von NVIDIA nehmen. Und dafür brauche ich eine neue Grafikkarte. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Weil mit Shadowplay kann man danach Livestream aufnehmen. Und das noch recht gut habe ich gehört. Dann werde ich mir wahrscheinlich eine Geforce 780 kaufen. Mit vielleicht irgendwie 4000 oder so. Speicher. Mal schauen. Dafür opfere ich auch mein Sackgeld. Aber es wird sich dann auch lohnen. Ich habe zwar schon 4000 Dinge bei meiner Grafikkarte. Aber das sind auf 4 Kerne verteilt. Und das wird sich dann nicht so sehr auf die Schnelligkeit aufdingen. Wahrscheinlich unterstützt Diablo 3 auch nicht mehr als 2 oder 1 Kern. Und dann habe ich auch manchmal ein paar Legs und so weiter. Und schieß. Okay, hier in Old Tristram hat es nichts Gescheites. Wir gehen dann noch kurz in den Keller dort. Dort auf der Map. Aber lassen wir uns das vorlesen. Überfall herrscht Chaos. Und in der Stadt heißt es Lachdanan habe den König getötet. Wenn es denn nur stimmt, dann könnten unsere Tage und Nächte der ständigen Angst vorüber sein. Okay. Ja, Old Tristram kennt man als Diablo 1. Bei Diablo 2 war er jetzt schon zu stört. Und in Diablo 3 wo er ja jetzt neue Tristram dazu gekommen. Da sieht man, dass die Entwickler auch sehr viel Liebe zum Detail und zur Geschichte und so beigetragen hat. Und ja. Was sich so verändert hat, das interessiert mich auch riesig. Also, ich war schon Diablo 1 Zocker damals noch auf der Playstation. also das kam später raus. Also, Diablo 1 hatte ich auf dem PC gar nie. Und auch Hellfire nicht. Aber eben auf der Playstation 1 hatte ich Diablo 1. Und ja. Fand es dort schon richtig geil. Dann habe ich sofort bei der Release von Diablo 2 gekauft. In der Collection Edition als möglich. Er hat einen riesen Diablo 3 äh Diablo oder war es eine Diablo-Statue habe ich gehabt. Leider ist die mir kaputt gegangen. Wegen einem kleinen Erdbebens meiner Schuld. Aber ich hätte sie gern gehabt noch. Damals sah der Diablo auch viel besser aus. Heutzutage sieht er aus wie eine kleine Pussy. Aber eben. Sie ist ja eher eigentlich. Darum sollte man eigentlich nicht so über sie herdingen. Aber ich habe mich jetzt schon wieder sehr gespoilert. also euch gespoilert und sorry dafür. Aber es war eigentlich auch klar. Sie kommt mir schon jetzt ein bisschen unsympathisch daher. Aber jetzt hat sie noch alle ähm alle Macht über ihren Körper. noch nicht. Bisschen zäh. Ein bisschen hinten ran damit wir nicht zu viel Schaden bekommen. Sonst müssen wir plötzlich wieder runterstellen. Das will ich nicht. Aber wenn sie Gegner zu zäh werden, dann muss ich runtersteigen. sonst ähm ja habt ihr eigentlich nichts vom Spielen nur Kämpfe. Eine brennende Leiche. So den werden wir wahrscheinlich nicht killen können oder vielleicht doch. Sie wurden jetzt viel besser angepasst. Das sind Schatzgoblins. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schatzsucher. Es gibt verschiedene Arten. der hat jetzt zum Beispiel rote also rote Haut und ja mal schauen. Nicht? Ah. Ich muss mich immer noch umgewöhnen. Ja. Der hat viel zu viel Leben. 192 sind noch viel zu viel. Nehmen wir noch 6 Schaden maximal. Ja. Jetzt wird er auch weggehen. Das ist sogar ihm nun. Schade. Ja, der droppt verschiedene Sachen. Items, Gems, Ausrüstung, Gems, Runen, nein, nicht Runen, ähm, ja so Runen-Seiten und ähm, ähm, Materialien. So gehen wir zurück. Nach Neutristram. und reden mal mit Hauptmann Ranfurt. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Sie hat Mut. Mit etwas Hilfe könnte sie Kayn tatsächlich noch retten. Segen des Lichts! Schöhn, wir haben Armschienen bekommen und eine neue Fähigkeit Schwungangriff. Jetzt könnten wir hier mal den Dolch nehmen nehmen und und sieht immer noch so komisch aus. Krates Ritter mit Lederrestung. Ähm, Ähm, ja, wir werden das nächste, also, ja, für euch gleich weitermachen. Ich werde die Videos kurz hochladen und dann mache ich weiter, weil ich möchte so schnell wie möglich ein paar Parts raushauen, damit ihr den Spass schon mal habt. Und ja, wir sehen uns gleich wieder und für euch sofort wieder. Bye!